Es bedurfte am letzten Tag der Juni-Session einer Nachtsitzung, aber letztendlich hat der Landtag in der Juni-Sitzung drei Gesetzesentwürfe geprüft und genehmigt. Der erste eine SVP-Initiative sieht Weideschutzgebiete und Maßnahmen zur Entnahme von Wölfen vor und ermöglicht dem Landeshauptmann in dringenden Fällen und nach Ablauf einer zehntägigen Frist, in der keine Stellungnahme der ISPRA, der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung, sowie der Weltbeobachtungsstelle des Landes eingehen, eine Entnahme mittels Ermächtigung vorzusehen. Der Entwurf wurde mit 25 Ja, 4 Nein und 2 Enthaltungen angenommen. Ein Teil der Opposition vertrat die Auffassung, dass es sich um einen Vorschlag zu Wahlkampfzwecken handle und die Gefahr bestehe, dass das Gesetz angefochten werde. Ein anderer Teil hielt den Vorstoß für notwendig. Beim zweiten Gesetzentwurf, der mit 17 Ja und 14 Nein angenommen wurde, handelt es sich um einen sogenannten Omnibus-Einsammelgesetz, das in mehrere Bereiche eingreift. Die im Landtag am meisten diskutierten Artikel betreffen das beratende Fachorgan zu Gesetzesinitiativen der Landesregierung, das obligatorische Kindergartenjahr, das verpflichtende Beratungsgespräch bei der Einschreibung in Schulen in den Fällen, in denen die Familiensprache nicht der Schulsprache entspricht, die Begrenzung der Schulnotenskala von 4 bis 10, sowie die Schulranglisten in der italienischen Schule. Der letzte behandelte Gesetzentwurf wurde mit 29 Ja und 2 Enthaltungen genehmigt. Er befasst sich mit Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe, die wegen Änderungen der staatlichen Vorgaben angepasst werden mussten. Dies zog einige Vereinfachungen und eine Erhöhung der Schwellenwerte mit sich. Die Anträge der Opposition waren indes nicht von Erfolg gegrünt. Keiner wurde von der Mehrheit angenommen. Sie betrafen ökologische Ausgleichsflächen, ärztlich assistierten Suizid, muttersprachlichen Unterricht, Sommerbetreuung für Kinder, Wohnraum für Alleinlebende, Lärmbelästigung durch Motorräder, eine Corona-Aufarbeitung sowie Agri-Photovoltaik und Windkraft. Während der Sitzungswoche wurden weiters die Tätigkeitsberichte 2022 von Gleichstellungsrätin Michela Morandini und des Landesbeirates für das Kommunikationswesen durch dessen Präsident Roland Turk vorgestellt. Erstere berichtete von 4000 Kontakten, vor allem in Fällen von Mobbing und Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, der Aktivität des Anti-Mobbing-Dienstes und des Südtiroler Monitoring-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Turk verwies dagegen auf 650 Streitfälle, die der Beirat als Schlichtungsstelle für Streitigkeiten mit den Telekommunikationsanbietern habe lösen können und auf Initiativen gegen Hate Speech im Netz ergab zudem einen Überblick über die Medienlandschaft in Südtirol. Beide beantworteten nach ihren Präsentationen Fragen aus dem Plenum.